An der Sekundarschule Schlieren sind 80% der Schüler Ausländer. Aus Spargründen werden jetzt die 20% Schweizer Schüler ins ausländische Umfeld integriert. Ein entsprechendes Versuchsprogramm wurde vor kurzem gestartet. Bereits im vergangenen Schuljahr wurden die Lehrer umgeschult. Eure Ferien auf SMS-Aufsätze waren im Falle megageil. Alle! Kusset einen! Opa! Also, Amir, kommst du mal auf meine Stage! Juhu! Geil! Das war ein krass geiler Aufsatz. Merci, Mann. Ähm ... Und jetzt auch schon? Megabitsche! Ich bin deinem Brosse Dope übergenommen. Oh Gott, ich bin fast übergegangen. Voll krass. Hey, was läuft, Mann? Hey, was ist, schweig mich nicht an, Mann. Handy-Retour? Easy? Easy. Arschloch. So, jetzt kommen alle zum Häuptchen und das Handy holen. Svetlano! Geil zu sein, Svetlano. Dann der Stojon. Das war sauber. Dann der Stojon. Hey, oh Mann, hey. Dann haben wir Fatima. Und natürlich auch Anikor. Super. Hat Fatima ganz gut gemacht. Anikor und am Schluss haben wir noch Jessie. So geile Arbeit wie Jessie. Super gemacht. So. 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 Sonst bleibst du immer dort von dieser Klasse. Schreib dir Aufsatz auf Papier. Für was haben wir denn ein Handy? He? Ja, aber mein Vater und meine Mutter haben gesagt, dass die elektronische Kommunikation nicht nur ökologisch, sondern auch psychische Belastung ist. Also gerade für eine 15-Jährige ist die Omnipräsenz der Strahlen einfach schädlich. Das fängt ja schon an. Vater und Mutter. Deine Eltern sind ja nicht einmal geschieden. Du bist ja völlig out. Ja, ich kann einfach nicht so cool dastehen und ich kann auch nicht rappen, aber ich spiele Trompete in der Harmoniemusik Seuliant. Psst, nicht so laut, das gehört so schnell jemand. Und wenn du schreibst, schau mal da, schau mal. Da schreibst du dir im Aufsatz, diesen Sommer fuhren wir kurz nach Italien. Erstens heißt es nicht Italien, sondern Montenegro. Mhm. Dann nicht fahren, sondern rasen. Rasen. Gell? Dann statt diesen Sommer sagt man am Summo. Sagen wir mal. Ähm, Summe. Ja, nicht schlecht. Und dann hier. Es heisst nicht wir, sondern dem grast. Das ist äh, das ist ein variabler Genitiv. Ja, ja. Ja, ja. Und kurz heisst krassschnell. Also du musst sagen, respektive schreiben, also am Summo sind dem krassschnell nach Montenegro grast. Also am Summe sind wir dann krassschnell nach Montenegro grast. Ja, und immer so. Geil. Ah, ich spiele ihm die Trompete. So, und jetzt gehst du raus. Und gib uns. Gut. Malte. Ja? Die Hose. Aha. So. Ja, tiptop. Gut. So. Hey Mann! Ich mache im Fall auch Musik. Oh. Oh. Komm, Los! Ich sage Ihnen jungs! Ja. Oh.